Raum ist ein Lied von der Punkband meines Bruders, den habe ich erst vor ein paar Jahren so richtig kennengelernt, mein Bruder, und festgestellt, oh, der hat ja auch eine Leipziger Band, die heißen Oberst Kübel. Und ich wollte unbedingt diesen Song covern und es war gar nicht so einfach musikalisch, weil es natürlich ein Punksong ist, aber ich bin jetzt auch ein cooles Kind und habe ein Punklied auf meinem Album. Und ich finde einfach diesen Text total toll, weil er davon erzählt, wie schwer das manchmal ist, auch an jemanden ranzutreten, der vielleicht, also es geht, glaube ich, ursprünglich ging es da um psychische Krankheiten. Aber man kann da noch viel, viel mehr drin sehen. Also da ist ein Ding und dürfen wir das anfassen oder stecke ich mich dann an und vielleicht verletze ich mich dann auch. Und es ist ein bisschen wie, wenn ein paar Kinder so ein Vögelchen finden und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber irgendwie wissen, sie müssen auch helfen. Und ja, finde ich einen großartigen Text. Vielen Dank an Oberst Kübel an der Stelle.